Willkommen zurück bei Political Futures. Das ist der vielleicht experimentellste Part dieser zweitägigen Konferenz. Insofern wir zwei Künstler zu einem Gespräch gebeten haben, die sich, wie wir dann merkten, persönlich noch gar nicht kannten, obwohl sie beide in der Ausstellung Political Populism dabei waren. Marcel Odenbach hatte überdies im letzten Jahr eine Einzelausstellung bei uns in der Kunsthalle. Wir haben uns überlegt, dass wir ein bisschen bilderlos, das macht es noch abstrakter, über die jeweilige künstlerische Praxis reden, dass wir vor allen Dingen aber auch in Bezug auf das Thema Political Futures ein bisschen gemeinsam darüber nachdenken, was das Politische in der Kunst sein könnte, was Fragen des künstlerischen Engagements betrifft und was auch schlussendlich die Person des Künstlers als, ich sage mal, politisches Subjekt für eine Rolle spielt im heutigen Kunstbetrieb. Christian Falznes war bei der Ausstellung Political Populism mit einer, man kann es gar nicht anders sagen, sehr spektakulären Performance zu Gast. Einige von ihnen werden die Arbeit gesehen haben, einige von ihnen wären in die Arbeit vielleicht sogar auch involviert gewesen sein. Er hat am Abend der Eröffnung das Publikum aufgefordert, mit ihm in den großen Innenhof des Museumsquartiers zu kommen und dort unter seiner Anleitung eine großformatige Skulptur zu bauen, die dann wie in einer Prozession in die Kunsthalle gebracht wurde und dort als eigenständiges Kunstwerk aufgestellt wurde. Später wurde dann das Video der Performance gemeinsam mit dieser Arbeit gezeigt. Also eine Performance, die ein bisschen auch die Geflogenheiten des Kunstbetriebs reflektiert, die aber auch sehr viel zu tun hat mit Fragen des Performativen, des Partizipatorischen etc. Marcel Odenbach, wir haben gerade festgestellt, ist zum vierten Mal bei einer Talk-Veranstaltung der Kunsthalle Wien dabei. Marcel Odenbach ist den meisten von Ihnen sicherlich bekannt über seine Videoarbeiten in der Ausstellung letztes Jahr hier bei uns. Haben wir diese Videoarbeiten gleichberechtigt gestellt, neben seine Papierarbeiten. Zentrale Themen von Marcel Odenbach ist die Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus und auch mit quasi der Perspektive in die Gegenwart hinein. Ein anderer breiter Themenstrang in seinem Oeuvre ist Afrika, um das mal unter dieses ganz allgemeine Label zu stellen. Also vor allen Dingen auch eben die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus und wie dieser eben auch unser heutiges Bild auf den Kontinent prägt. Ich habe Marcel Odenbach bei einem Talk, den wir beide gemacht haben, anlässlich der Ausstellung Political Populism, an einer Stelle gefragt, ob er sich als politischer Künstler versteht. Und er hat eigentlich sehr spontan gesagt, nein. Was mich damals nicht gerade irritiert hat, aber doch ein bisschen erstaunt hat und wenn ich mich recht erinnere, habe ich das dann versucht, ein bisschen sozusagen zu entschärfen, eben nicht im Sinne von wegen eines politischen Künstlers, sondern eines politisch engagierten Künstlers. Und ich würde ehrlich gesagt die Gelegenheit aufgreifen, diese Frage nochmal zu stellen, die eben nach dem politischen Engagement im Medium der Kunst und ob das etwas ist, was du für dich positiv beantworten würdest. Also das ist jetzt anderthalb Jahre her, ich habe meine Meinung nicht geändert. Ich bin immer noch kein politischer Künstler. Nein, ich habe so ein bisschen was gegen den Begriff, das hat vielleicht zweierlei Gründe. Das war interessanterweise eine Zeit lang und ich würde sagen in den 80er, 90er Jahren eher ein Schimpfwort. Und ich finde, es klingt auch immer sehr didaktisch und das glaube ich oder möchte ich nicht als Künstler sein und ich glaube auch, dass das meine Arbeiten nicht leisten können und auch nicht leisten wollen. Ich würde mal sagen, ich bin jemand, der sich kritisch mit Themen auseinandersetzt und vielleicht dann doch so ein bisschen im Hintergrund geprägt als Nachkriegskind. Und in einem geteilten Deutschland bin ich natürlich doch etwas brecht verbunden und habe dadurch vielleicht dann doch etwas Didaktisches. Du hattest aber noch was anderes, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Oder war das jetzt schon die Antwort? Aber ich glaube, dass die Auseinandersetzung oder dass ich mich vielleicht sehr viel anders mit meiner visuellen Umsetzung beschäftigt habe, wie zum Beispiel in Mahler, liegt definitiv auch am Medium. Ich glaube, dass ich habe angefangen, 75 mit Video zu arbeiten, 74, 75. Und ich glaube, dass damals schon das Medium Video eine gewisse kritische oder vielleicht politische Assoziation oder Umgehensweise in sich geborgen hat. Und das hat mich natürlich als damaliger Videokünstler oder als Künstler, der sehr viel mit Video gearbeitet hat, natürlich sehr stark geprägt. Das könnte ich noch weit ausführen, würde aber wahrscheinlich jetzt zu einem Vortrag von einer Stunde. Also man darf nicht, ich sage immer, man darf nicht vergessen, ich habe Stadtplanung studiert. Damals haben wir in der Stadtplanung Video benutzt, um soziologische und städtebauliche Untersuchungen zu machen. 74, 75, das war sehr eng verbunden mit dem Umgang von Video in der Stadtplanung in Bologna zum Beispiel, also der italienischen Stadt, die die erste damalige Altstaatsanierung vorgenommen hat, die sehr anders war als damals üblich. Und man darf auch nicht vergessen, dass Godard mit Video sehr früh angefangen hat zu arbeiten, um es auch wirklich dokumentarisch einzusetzen. Und man darf nicht vergessen, dass die ARF sehr schnell Video benutzt hat, um Dinge zu dokumentieren und auch sozusagen medial zu verstreuen. Und die hatten damals das gleiche Gerät, was ich auch hatte. Das war das erste tragbare Videogerät, schwarz-weiß. Marcel hat ja jetzt gerade so ein paar Genealogien aufgezeigt für seine Kunst. Christian, deine performancebasierte Kunst stellt sich ja doch auch in ein gewisses Verhältnis zu eben künstlerischen Praxen der 60er, 70er Jahre, also sozusagen der ersten Welle der Performancekunst. Wie würdest du zu der Frage stehen, was die politische Haltung des Performativen ausmacht? Also jetzt, wo du gerade meinen Bezug zu der Geschickte der Performance ansprichst. Ich habe mich sehr viel mit der Geschickte von Performance auseinandergesetzt und gerade der Avantgarde von der 60er und 70er. Und ich habe mich besonders viel mit sozialen oder partizipatorischen Praxen auseinandergesetzt und habe irgendwie gesehen, dass diese Praxen sehr oft so dargestellt werden, als wären sie etwas besonders Demokratisches oder besonders Freisetzendes. Dass der Grenze zwischen Kunst und Betrachter oder Künstler und Betrachter niederreißt und die Betrachter sozusagen ermöglicht, als freie Individen Teil der Kunst zu werden und so weiter. Aber als ich selber damit Experimente gemacht habe, habe ich gesehen, dass es auch sehr stark eine Frage von Autorität ist. Dass man eben um andere Menschen Teil von deinem Kunstwerk lassen werden kann, musst du schon eine sehr marktvolle Position haben. Das sieht man ja gerade bei so Künstlern wie Beuys oder so, dass diese Rolle der autoritärer Künstler ein großer Teil von partizipatorischen und sozialen Projekten ist, aber dass es etwas ist, das oft nicht so reflektiert wird in die Arbeiten selbst. Und das habe ich mir halt unter anderem als Thema gemacht und versucht, genau diesen Aspekt von Autorität und Macht, also diesem Marktverhältnis und diese Gruppendynamik, das auch innerhalb von so einer autoritärer Struktur stattfindet, zu reflektieren. Du hast jetzt gerade über das Verhältnis gesprochen zwischen Künstler und Publikum, eben gerade nicht im Sinne einer gleichberechtigten Konstellation. Als ich überlegt habe, was so überhaupt ein gemeinsamer Nenner sein könnte zwischen der künstlerischen Arbeit von euch beiden, bin ich schon ein bisschen auch auf die Frage der Stellung des Publikums gekommen. Also was ich spannend finde, ist, Marcel, bei deinen Arbeiten könnte man ja vermuten, dass du selber eine sehr klare Position im Sinne für etwas oder gegen etwas einnimmst. Bei näherer Betrachtung ist aber eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Deine Arbeiten, deine Videoarbeiten geben oft eine bestimmte Konstellation vor, gegenüber der sich dann aber das Publikum positionieren muss. Also eigentlich zwingst du sozusagen das Publikum zu einer Entscheidung, zu einer engagierten oder auch emanzipierten Betrachterposition. Ja, das stimmt und deshalb glaube ich auch, dass die Arbeiten in dem Sinne nie fertig sind, sondern sich quasi auch mit dem Publikum und mit der Zeit oder mit dem Umstand, wo sie gezeigt werden und kulturellen, anderen Situationen, sich auch sehr stark verändern. Und das ist für mich auch eine Erfahrung gewesen. Also was mir von Anfang an klar war, war, oder das ist ein Konzept gewesen, was mich immer sehr stark interessiert hat, ist das Konzept des amerikanischen Cockroach Motels. Also you check in, but you never check out. Also da gibt es einen gewissen Reizstoff und der dich anzieht und dann bleibst du eigentlich dabei kleben und du merkst eigentlich gar nicht, dass ich den Klebstoff geliefert habe. Und das fand ich jetzt wiederum interessant. Also wir haben so, was heißt wir, aber Vanessa war da involviert, eine Ausstellung gemacht von meinen Arbeiten, die jetzt so ein bisschen durch die Welt wandert. und wie unterschiedlich und wie anders die Arbeiten in anderen kulturellen Hintergründen rezipiert werden. Und ich glaube, das ist mir auch immer sehr wichtig gewesen. Und das könnte was damit zu tun haben, und jetzt spinne ich da wieder an, An, wo zu deiner ersten Frage, dass die Arbeiten eben doch nicht berechnend oder sehr klar konzipiert werden. Es gibt ein Thema und es ist quasi dann eine Materialsammlung und diese Materialsammlung wird dann kollagiert, sowohl bei den Papierarbeiten wie bei den Videoarbeiten auch. Und der Motor dafür ist eben nicht die politische Message, sondern der Motor ist eigentlich ein autobiografischer. Denn diese ganzen Themen, sei es jetzt Nationalsozialismus wie auch Afrika, wenn man das mal so ganz versimpeln möchte, die Themen sind natürlich viel weiter, da geht es mir nicht so sehr um Afrika, da geht es mir mehr um Rassismus und Vorurteile und sowas, haben einen ganz autobiografischen Hintergrund bei mir. Und das macht vielleicht für mich überhaupt den Reiz oder die Motivation aus, darüber zu arbeiten. Und das macht die Arbeiten vielleicht deshalb nicht didaktisch. Jetzt mal eine Theorie von mir. Das geht auch ein bisschen in die Frage rein, was Kunst eigentlich kann. Und für mich persönlich habe ich es immer interessanter gefunden, Statements zu machen, etwas wahrnehmbar oder spürbar zu machen. Und in so einem Fall wie die Performance, was du vorher angesprochen hast, was ich hier in der Kunstheilie gemacht habe, habe ich eben, um so eine große Menschenmenge dazu zu bringen, diese Skulptur dann auszuführen, habe ich Techniken einsetzen müssen, die dafür geeignet sind, Menschenmengen schnell und effektiv zu bewegen. Und um Menschenmengen schnell und effektiv zu bewegen, muss man eben meistens dafür sorgen, dass die Entscheidungen der individuellen Teilnehmer eben nicht in Frage gestellt werden. Aber im Rahmen von so einer Performance versuche ich es wahrnehmbar zu machen, weil es eben auch in der Kunstkontext stattfindet und man sowieso alles in Frage stellt, was man innerhalb von diesem Rahmen tut. Und diese Frage von individuellen Entscheidungen oder der Entscheidung von jeder Person, finde ich, ist etwas, das sehr wichtig ist, in meinen Arbeiten wahrzunehmen. Insbesondere die Performance hier in der Kunsthalle hatte aber am Anfang schon noch so ein bisschen was Demagogisches. Das hat mich auch sehr erstaunt, wie bereitwillig Menschen sind, bei etwas mitzumachen, wo sie gar nicht wissen, wie es ausgehen wird. Ist es nicht so, dass das Moment der Reflexion eher dann auch bei den Zuschauern entsteht, also gar nicht so sehr bei denen, die jetzt aktuell involviert sind, sondern dass eher die Zuschauer merken, dass das eben ein Prozess ist mit offenem Ausgang und dass das auch jeden Moment kippen kann in etwas ganz anderes? Das ist natürlich eine sehr gute Frage und das ist auch etwas, das ich nicht so hundertprozentig beantworten kann, weil das natürlich auch sehr stark von den Menschen abhängen, die da teilnehmen. Aber ich glaube schon grundsätzlich, dass die Leute, die zu der Eröffnung von einer Ausstellung kommen, auch eine gewisse Reflexion darüber mitbringen, woran sie teilnehmen. Und das ist eben sehr wichtig für mich, dass innerhalb von so einer Performance nicht ein bestimmtes Statement, also es geht nicht darum, dass wir jetzt ein Monument für etwas bauen oder dass wir ein Statement über etwas haben, sondern es geht um der Prozess an sich und um diesen Prozess wahrnehmbar zu machen. Und ich glaube, spätestens danach werden die Leute, die mitgemacht haben, auch reflektieren, was für ein Prozess das dort gefunden hat. Und deswegen zeige ich ja auch der Video zum Beispiel danach, um diesen zweiten Schritt auch möglich zu machen. Ich glaube aber auch, dass das, ich finde das im Hinblick zu dem, was ich eben gesagt habe über meine Arbeit, ich glaube, dass das Publikum sich auch verändert hat. Also ich könnte mir schwer vorstellen, mit meiner Erfahrung, ich habe ja auch mal in den 70er Jahren so ein bisschen Performances gemacht und ausgestellt, dass das Publikum in den 70er Jahren nicht so leicht bereit war, so etwas hätte mitmachen zu wollen. Und ich glaube, dass heutzutage die Leute viel mehr sich so verführen lassen wollen. Also mit der Kunst zum Beispiel. Und ich habe das, das ist jetzt einfach mal eine Theorie, die ich habe, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Dinge, die in den 80er und 90er Jahren mir so ein bisschen von einer kritischen Seite vorgeworfen wurden, jetzt die Leute ganz großartig finden. Und das ist eben, was ich so betituliert habe, mit dem Klebstoff, an dem die Fliege kleben bleibt. Also sozusagen so ein Zückerchen bieten und die Leute lassen sich dann darauf ein, die legen sich sofort auf den Teppichboden und haben stundenlang Zeit, sich einer Videoarbeit sozusagen voll die Aufmerksamkeit zu geben, über stundenlang. Das wäre in den 70er und 80er Jahren überhaupt nicht so gewesen. Die Leute hätten überhaupt keine Geduld gehabt, sage ich jetzt einfach mal so. Natürlich gab es immer Ausnahmen und die Leute hätten sich auch nicht so wirklich so ganz auf diese Verführung eingelassen, sondern hätten mir eher das vorgeworfen, dass ich sie versucht hätte zu verführen. Es ist ganz interessant, weil ich habe 2014 in der Akademie der Künste in Berlin eine Performance gemacht in der Theatersaal. und da habe ich die Leute, das waren so 700 Personen, dazu gebracht, auf die Bühne zu stürmen und dann so eine Art orgiastisches Massenchoreografie durchzuführen. Und da hat mir nachher der Marius Barbias erzählt, dass als Boys da seine Performance, wo er einen Totenhasen die Kunst erklärt hat, in genau diesem Saal in Akademie der Künste gemacht hat, sind die Leute auch auf die Bühne gestürzt, aber um ihn zu verprügeln. Also das passt ganz gut zusammen mit dem, was du da erzählst. Aber findest du diese Entwicklung gut oder schlecht? Nein, ich finde sie natürlich gut, weil ich sie nutzen kann, aber ich muss mir darüber bewusst sein und darf mich nicht so leicht, da kommen wir jetzt ganz schnell zum Thema Populismus. Und das ist natürlich auf der einen Seite großartig, dass es die Möglichkeit gibt. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine große Gefahr, weil nämlich dann wirklich nur noch das Häkchen oder das Smiley zu drücken, also mir hat es gefallen und immer mehr Leute kommen, geht natürlich schnell dann auch in die falsche Richtung, dass es dann nur noch Sachen gibt, die wirklich sozusagen ein Publikumserfolg sind und Anerkennung durch eine Massenhysterie kriegen. Das sehe ich auch so und ich finde es auch sehr wichtig, wenn man schon partizipatorische Elemente in eine Ausstellung einsetzt, egal ob als Künstler oder als Institution, dass der Partizipation und die Reflexion darüber, über was es heißt, an etwas teilzunehmen oder sich dafür zu entscheiden, auch eben darüber hinausgeht, dass man ein Selfie vor der Arbeit macht oder dass man ein Like druckt, wie du es sagst. Was ich auch sehr stark spüre in vielen von meinen Arbeiten, ist, dass dieser Drang zu Selbstdarstellung auch von mir sehr stark verwendet werden kann, dass die Leute auch deswegen sehr oft dafür bereit sind, weil sie eben auch, also es hat so zwei Seiten, einerseits wirft man sich unter der Struktur, aber man möchte auch gerne selber in den Mittelpunkt stehen und die Leute sind auch gewöhnt, sich selber zu inszenieren und denen fällt es vielleicht auch deswegen leichter, innerhalb von einem Kunstwerk inszeniert zu werden. Was sozusagen auch in der Diskussion mit Publikum über eure sehr unterschiedlichen Arbeiten mir aufgefallen ist, es gibt immer wieder Stimmen, die so ein bisschen kritisch sind, die nämlich bei einer Kunst mit einer politischen Haltung oder zumindest mit eben einem gesellschaftlichen Engagement, was eure Ansätze durchaus haben, immer sozusagen das Schöne, die gestaltete Form sozusagen als kontraproduktiv empfinden. Also sozusagen, das muss unheimlich spröde sein, damit, sage ich mal salopp, die Message unverfälscht rüberkommt. Marcel, in deinen Filmen spielst du natürlich auch sehr bewusst mit einer Bildsprache, die einen auch hineinzieht in diese Filme, in diese Narrative und natürlich auch diese Aufarbeitung. Wie stehst du zu der Frage von Form und Inhalt, um das mal auf einen ganz groben Nenner zu bringen? Naja, jetzt habe ich das schon das dritte Mal gesagt. Also für mich ist die Form natürlich oder auch die vielleicht oft sehr üppige Form, da spielt die Musik oder der Ton bei mir auch eine große Rolle, ist für mich natürlich sehr wichtig, weil das ist nämlich jetzt, sage ich das schon wieder, das ist natürlich dieser Klebstoff. Also das habe ich natürlich aus dem Film gelernt, das ist ganz klar, in den 70er Jahren oder 60er Jahren, ich bin natürlich sehr stark mit Film und mit einem europäischen Film groß geworden, das habe ich gelernt, dass es da gewisse Mechanismen gibt, die ich einsetzen kann, um gewisse Dinge zu wollen. Also das ist natürlich schon sehr stark konzipiert und ich habe mich da eben auch, das habe ich natürlich auch ausprobiert, das ist klar und ich weiß auch genau, was du meinst, dass natürlich von mir erwartet wird, als jemand, der zum Beispiel bei einer Arbeit wochenlang Flüchtlinge interviewt hat und mit denen geredet hat und mit denen wie bei einer Arbeit, die jetzt gerade in Berlin läuft, ins Louvre gefahren ist und so, dass ich da mich ganz bewusst dafür entschieden habe, eben nicht diese Interviews zu zeigen und nicht diese dokumentarische Form zu zeigen, sondern das Ganze wirklich ganz pompös inszeniert habe und das sind bewusste Entscheidungen und das ist mir aber ganz wichtig, weil ich dadurch natürlich auch wiederum eine ganz andere Sprache und Symiotik benutzen kann als in der dokumentarischen Form. Christian, das wäre in deinem Fall eben so die gewisse Affinität deiner Szenarien zu Formaten, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, aus anderen eben agitatorischen Formaten. Wie stehst du zur Frage von Form und Inhalt? Also ich finde es sehr, sehr schwierig, sowieso das von einander zu unterscheiden, weil der Form ist Teil des Inhaltes und umgekehrt. Aber ein bisschen ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, verwende ich halt auch deswegen bestimmte Mittel, bestimmte Formate, bestimmte Formen von Sprache, um genau diese Reaktion auch auszulösen. Also wie ich vorher gesagt habe, bei mir geht es sehr stark darum, etwas spürbar zu machen und vielleicht auch Mechanismen in der Gesellschaft, die man normalerweise zwar spürt, aber eben nicht so reflektiert. Und wenn man das auch auf eine gewisse Absurdität, an so eine Spitze treibt, kann man eben, daran glaube ich, so einen Moment erzeugen, wo die Effekte der Power in diesen Ritualen zum Beispiel eben nicht nur spürbar, sondern auch analytisch reflektierbar in derselben Moment ist. Und das ist etwas, woran ich glaube, dass das Gesellschaft das einfach braucht. Inwiefern ist die Tatsache, dass ihr beide eure Arbeiten ja nun eben im Kunstkontext zeigt, eine wichtige Fragestellung oder sozusagen einfach mal ein bisschen naiv-ketzerisch gefragt, ist nicht gerade die Tatsache, dass das Kunstpublikum per se eher dazu neigt, das Gesehene kritisch zu reflektieren, eben auch sozusagen die Grenze der Wirkmächtigkeit. Oder hättet ihr Interesse daran, eben auch eure Werke in Bereichen zu zeigen, die etwas weniger geschützt sind? Da komme ich zurück auf das, was du, Marcel, erzählt hast. Es ist in der Tat so, ich war eben etwas involviert in die Ausstellung von Marcel Odenbach, die ich unter anderem in Caracas betreut habe und in Porto Alegre in Brasilien. Und da muss man sagen, da gibt es erstmal unglaublich viel Publikum. Und da gehen dann aber auch wirklich sozusagen alle Leute, um sich das anzuschauen, aber nicht unbedingt, weil es jetzt eine Kunstausstellung ist, sondern die sind eben sehr viel stärker auch einfach an den Themen interessiert. Genau, du warst ja da, ich war nicht da. Nein, das stimmt natürlich. Also das war das, was ich eben auch gemeint hatte. Ich glaube, wir hatten sogar in Peru bei der Ausstellung 70.000 Zuschauer oder 45.000 oder sowas. Das sind ja Traubzahlen mit so unpopulistischen Sachen. Aber ich glaube ganz einfach, dass die Leute wirklich an den Themen interessiert hat, weil sie momentan in der Gesellschaft leben oder sich in der Situation befinden, wo sie sehr viel mit Geschichte und Erinnerung und Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte und gerade in der faschistoiden Geschichte und auch in der diktatorischen Geschichte zu tun haben. und deshalb sozusagen interessiert waren, wie ich damit umgehe oder was ich dazu zu sagen hatte. Und ich glaube, also das ist ja nicht so das erste Mal gewesen, dass ich außerhalb eines Museums oder eines europäischen Kontexts meine Arbeiten gezeigt habe. Damals war ich ja einer der Ersten, der meine Stimme erhoben hat und gesagt hat, das Museum ist tot und ich möchte eben nicht mehr im Museum ausstellen, sondern für mich ist als Videokünstler sozusagen das Fernsehen das adäquate Medium, was im Nachhinein natürlich sehr naiv war, weil man sich damals gar nicht vorstellen konnte in den 70er Jahren, wie kommerzialisiert oder wie stark das private Fernsehen das staatlich-rechtliche Fernsehen beeinflusst in der negativen Art und Weise. Aber ich glaube auch, das ist daraus entstanden, weil die Museen natürlich auch einen ganz anderen Stellenwert in den 70er Jahren hatten, als sie heutzutage haben. Das ist schon mal ein großer Unterschied, würde ich sagen. Ich kann vielleicht auch kurz aus meiner Sicht was dazu sagen. Also ich habe auch schon einige Experimente gemacht, wo ich Sachen außerhalb vom Kunstkonzept gemacht habe, im öffentlichen Raum und so weiter oder in Clubs oder Konzertorte. Aber genau diese Wahrnehmung, die in das Museum auch kultiviert wird, finde ich für meine Arbeiten extrem wichtig. Und der Betrachter spielt ja immer innerhalb von das Ausstellungsformat eine große Rolle. Man ist sozusagen sich selbst und die Exponate überlassen, entscheidet sich selber, wie man sich rumbewegt. Und allein dadurch spielt man als Betrachter immer eine große Rolle in der Ausstellung. Auch weil man nicht unbedingt als Masse kommt, sondern als Individuum. Und für mich ist dieser Moment, wo man eben sich selber betraktet, ganz, ganz essentiell für meine Arbeit. Dass man eben nicht nur ein Kunstwerk oder ein Film oder ein Theaterstück, das außerhalb von einem selbst, sondern sich selbst als Teil von das Kunstwerk beobachtet. Und für mich bietet das Museum oder insgesamt das Ausstellungsformat einfach eine sehr geeignete Struktur für genau diese Reflexion. Also könnte die quasi Wirksamkeit von Kunst jetzt auch sozusagen nochmal zugespitzt auf Political Futures, die eben, wie es hier so schön heißt, im Ankündigungstext ein bisschen naiv formulierte Frage, inwiefern Kunst einen wirksamen Beitrag zur Korrektur aktueller gesellschaftlicher Fehlentwicklung leisten kann, vielleicht gar nicht so viel mit der Kunst zu tun zu haben, als vielmehr mit dem Betrachter. Also dass das so, wie man das in 70er Jahren formuliert hat, so eine Seeschule fürs Publikum sein könnte, wo man vielleicht auch eben lernt, andere Perspektiven einzunehmen. Schweigen. Ja, bestimmt. Also ich glaube das schon. Aber das klingt dann auch schon wieder so sehr brecht, sage ich jetzt mal. Also ich habe ja gesagt, da habe ich nichts gegen. Aber also was mir, glaube ich, wichtiger ist jetzt gar nicht so sehr mit Zahlen oder Verständnis zu hantieren. Ich sehe einfach erst mal, also ich will Leute ja nicht bekehren. Das ist so. Deshalb gehe ich nicht ins Museum oder mache eine Arbeit, sondern ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein Kralshüter bin. Das klingt jetzt wahnsinnig dramatisch. Ich sehe meine Arbeit ein bisschen als schief. Und mir geht es darum, dass Dinge, die mir auffallen und gerade im Moment, weil wir ja uns im Moment in einer Phase befinden, wo sehr viel manipuliert wird, was Geschichte betrifft und was Realitäten und Wirklichkeiten betrifft. Also ich will jetzt hier keine Länder im Speziellen nennen, aber jeder weiß, was ich meine. Und das ist eine große Gefahr. Und ich kann das sagen, vielleicht bin ich da sehr sensibilisiert durch meine eigene Familiengeschichte und dadurch, dass ich Deutscher bin, also ein Nachkriegskind. Und mir geht es halt darum, dass ich das festhalten will. Und ob das dann jemand ausgräbt, irgendwie wann, ist seine eigene Sache. Aber mir ist das wichtig, dass ich da so ein bisschen den Finger in die Wunde stecke und sage, so ist es meiner Meinung nach gewesen. Und wir haben ja jetzt das große Thema in Polen, die Richtigstellung der Geschichte aus polnischer Sicht. Und da muss ich sagen, da wehre ich mich als Künstler gegen. Ganz einfach. Also ich glaube schon, dass man eben langfristig etwas beeinflussen kann innerhalb von der Kunstbetrieb, weil man eben im besten Falle eine andere Perspektive oder eine andere Art von Erfahrung ermöglichen kann. Und ich glaube schon, dass man als Künstler versuchen sollte, etwas zu machen, was man denkt, dass es in der Welt braucht. Also natürlich gibt es immer so eine persönliche, vielleicht sogar aus der Biografie stammende Trieb, etwas zu tun. Aber man versucht ja schon, etwas zu machen, was man denkt, dass es in der Welt braucht. Und ich glaube schon, dass es was nützt, wenn man so will. Ja, nee, 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 okay. Genau, ich bin mir gerade am überleben. Nein, natürlich, glaube ich, aber hofft man, dass es was nutzt. Das ist klar. Sonst würde es man wahrscheinlich wirklich nicht machen. Das ist richtig. Aber das ist natürlich auch den Kunstbetrieb verändert. Das ist ganz klar. Das glaube ich auch dran. Aber das ist natürlich ein ganz geringer Prozentsatz gegenüber dem Rest. das ist so. Aber das ist natürlich immer ein Problem der Kunst gewesen, im gewissen Sinne. Ja, aber ich finde, die Institutionen, die Kunstinstitutionen sind ja auch Teil von der Gesellschaft. Das ist ja nicht so ein abgesondertes Feld, das ist überhaupt nichts mit dem Rest von der Gesellschaft zu tun. Es gibt eben viele abgesonderten Felder in der Gesellschaft mit eigenen Regeln, mit eigenen Ritualen. und der Kunstbetrieb und die Museen ist genauso ein Bestandteil von der Gesellschaft mit allen diesen unterschiedlichen Institutionen. Und deswegen macht es auch keinen Sinn zu sagen, das ist etwas anders als das Gesellschaft. Nein, das ist richtig. Aber die Museen und der Kunstbetrieb verändert sich im Moment ja ganz stark. und um noch jetzt wieder zurückzukommen zu dem Thema Populismus, der wird ja doch sehr stark auch genutzt von neoliberalen Strukturen. Und da ist natürlich auch eine gewisse Gefahr drin. Es gibt ja so die These, dass der Kunstbetrieb sich seit einigen Jahren immer mehr in zwei Teile auseinander dividiert. Auf der einen Seite eben die vor allen Dingen am Kunstmarkt sehr erfolgreiche Kunst, die sehr publikumsträchtige Kunst und auf der anderen Seite dann eben die in Anführungsstrichen kritisch engagierte Kunst, die man dann eher in solchen Ausstellungsformaten wie eben der Documenta findet oder in anderen eben staatlich geforderten Festivals. Ich sehe das manchmal auch und dann schaue ich euch beide an und dann denke ich wieder so, nee, das stimmt überhaupt gar nicht. Was stimmt überhaupt nicht? Dass es dieses sozusagen dieses Auseinander dividieren gibt, dass es sozusagen auf dem Markt eben das erfolgreich ist, was dann im Zweifelsfall schon eben auch hübsch anzusehen ist und eben etwas populärer argumentiert und dass sozusagen eine Kunst, die sehr engagiert auch Wirklichkeit aufarbeitet, die bestimmte, auch unliebsame Themen immer wieder sozusagen in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt, dass die eben auch wiederum ihre Nische gefunden hat, die aber eben eher in diesen kritischen Ausstellungsformaten zu Hause ist oder im Zweifelsfall auch in der Kunsthalle Wien. Es gibt ja sicherlich solche Tendenzen, aber ich glaube nicht, dass es so eine Regel ist und ich kann ja nur von mir selbst sprechen und man wünscht sich natürlich, bestimmte Sachen zu erreichen und man stellt sich bestimmte Kanäle vor, die man denkt, die würde gut funktionieren. Am Ende kann man ja nicht hundertprozentig kontrollieren, wie man rezipiert wird und genau welche Wege man durch den Kunstbetrieb macht, aber ich persönlich habe immer versucht, die Möglichkeiten zu nehmen, die ich habe und das Beste daraus zu machen und auch immer damit umzugehen, wo man gerade gezeigt wird und gerade sowas wie, weil jetzt bei hier natürlich in Political Populism in der Kunsthalle, wie du selber sagst, so ein eher kritisches Format, aber ich habe auch oft zum Beispiel in Kunstmessen ausgestellt und finde, das ist auch eine genauso interessante Möglichkeit, um etwas zu machen und auch ein großes Publikum zu erreichen. Oder umgekehrt, ist das nicht vielleicht sogar das viel spannendere Publikum, was nämlich gar nicht damit rechnet oder nicht unbedingt damit rechnet, sowas zu sehen, was du sozusagen vertrittst, also quasi in den Bereich zu gehen, wo Kunst meistens eben andere Funktionen erfüllt. Also vielleicht sozusagen ist das Szenario eben, jetzt rede ich mal gegen die eigene Institution, dass eine kritische Institution wie die Kunsthalle Wien eine Ausstellung macht mit dem Titel Political Populism dann eben auch schon sozusagen sehr voraussehbar und dann kommt natürlich eben auch ein Publikum, das völlig d'accord ist mit dem, was gezeigt wird und das sozusagen für den Wiener Kontext Political Populism in, sagen wir mal, freigewillt in der Albertina, natürlich sozusagen ein ganz anderes im Publikum adressieren würde und vielleicht nochmal eben in Bezug auf Political Futures ganz andere Effekte zeitigen könnte. Also sozusagen das jetzt nicht unbedingt subversive Infiltrieren von anderen Strukturen, aber dass man vielleicht sozusagen auch mal aus dieser Komfortzone, das meine ich jetzt auch in Bezug auf Institutionen, rauskommen muss und auch sozusagen woanders sich platzieren sollte. Das ist für die, also früher war ja der Unterschied nicht so groß. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, in Basel zum Beispiel auf der Art war es gang und gäbe in den 70er Jahren, also gerade meine Galerie Stampa damals in Basel, da war am Eröffnungstag fanden Performances statt. Ich fand das immer schon ein bisschen komisch und habe das auch thematisiert. Also da hat von Marina Abramowitsch über Chris Burton bis so Rieke Rosenbach und so weiter Performances gemacht und es wurde auch sehr viel Video präsentiert. Also das darf man nicht vergessen und das ist dann erst in den 80er Jahren verschwunden. 80er, 90er Jahren gab es das gar nicht und jetzt durch dieses Aufkommen wieder in den letzten 10 Jahren wird es jetzt wieder sozusagen, ist es wieder möglich. Aber eine Zeit lang war das überhaupt nicht möglich, weil man alles das, was nicht verkaufbar war, so direkt, man sozusagen schon als Kritik des Marktes gesehen hat. Ja, ich finde es halt auch schwierig, so eine Unterscheidung zwischen kritische oder unkritische Kunst, also überhaupt zu machen, aber vor allem aufgrund von Medien, also zu sagen, Performance ist kritisch und Malerei ist unkritisch, das finde ich ein totaler Schwachsinn, weil es kommt immer auf die jeweiligen Arbeit und wie sie sich mit das Medium, die sie verwenden, verhalten und so weiter. Aber doch so, also es hat weniger mit kritisch oder nicht kritisch, aber es hat eher was mit verkaufbar oder nicht verkaufbar zu tun. Ja, aber heute kann man ja auch alles verkaufen. Naja, aber interessanterweise, ich sage jetzt mal, komisch ist, dass meine kritischen Papierarbeiten sehr gut verkauft werden, privat, an Privatsammler, die kritischen Videoarbeiten nicht so, sage ich mal, die werden von Institutionen gekauft und das finde ich immer noch interessant, jemand macht das jetzt seit über 40 Jahren und dann denke ich, scheiße, seit 40 Jahren ist das immer, hat sich das noch immer nicht verändert, dass man sozusagen, es sei denn, es sind dann Sammler, die ein privates Museum haben, das sind aber dann eine ganz andere Kategorieansammler, aber so. Es ist mir natürlich klar, dass Malerei sich besser verkauft als Performance, aber dennoch würde ich nicht sagen, dass eine Performance automatisch eine Kritik von dem Markt ist oder so. Nein, das sehe ich auch nicht. Also da herrscht, glaube ich, Konsens, dass das nichts mit Medien zu tun hat. Ich stelle gerade fest, also ich würde dann noch mal zu meiner gerade etwas frei formulierten Frage zurückkommen, aber auch eher so als Überleitung dann für Sie als Publikum, um einzusteigen, dass vielleicht die Künstlerinnen und Künstler für die Frage nach der Politikfähigkeit, der Wirkmächtigkeit von Kunst vielleicht in der Tat die falschen Adressaten sind, sondern dass es viel, viel stärker um die institutionelle Rahmung geht und um sozusagen das Zurverfügung Stellung eines bestimmten Kontextes und auch natürlich ein ganz wichtiges Thema um die Herstellung von Öffentlichkeit, also sozusagen die Institutionen auch in einer Art und Weise zu öffnen, dass andere Menschen, die vielleicht sozusagen auf den ersten Blick sich nicht unbedingt als Kernpublikum angesprochen haben, auch didaktisch formuliert, Zugang finden zu den Arbeiten. Geht's? Danke. Ich meine, wir fragen uns ja, wer ist unser Publikum eigentlich die ganze Zeit? Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, hier Dürer machen würden und Odenbach in der Albertina laufen würden, würde sich das Publikum irgendwie austauschen. Das geht ja auch, wenn wir sagen, mein Gott, die Räume sind nicht so toll wie da, da gibt's keine Rolltreppe oder so, aber das ist, du kannst das mir, glaube ich, nicht so umwidmen. Es ist eher, finde ich, wichtig, ich möchte nicht in der Albertina als Kurator arbeiten oder als Leiter, das ist ja auch wichtig. uns geht es auch um ein anderes Publikum, also nicht nur um uns selbst, das ist klar, aber die Frage ist doch eher, wo würdet ihr am liebsten ausstellen, wenn nicht in unserem eigenen Bereich, in dem wir, ja klar, wir verstehen uns, reicht uns das? Reicht euch das? Es ist sehr, es ist eine sehr interessante, aber auch sehr schwierige Frage, weil einerseits habe ich zumindest das Bedürfnis, ein großes Publikum anzusprechen, ich finde es auch interessant, wenn ich in Kontakt komme mit mit einem größeren Publikum, was vielleicht nicht so gebildet in der contemporary Art wie viele Kunsthalle-Besucher oder so, deswegen unter anderem schänze ich auch die Kunstmessen, aber trotzdem möchte ich auch, dass meine Sachen verstanden werden und oft mache ich auch Sachen, die so spezialisiert sind, dass sie sich eben vielleicht auch zu einer Gruppe an Betrachter sprechen, die auch genau verstehen, was ich meine, das haben wir ja vorher gesprochen, dass genau diese Reflexion für mich sehr wichtig ist und wenn es dann auf einmal so reduziert wird, wow, das ist jetzt lustig, eine Skulptur zu bauen, ohne diese Reflexion, also nur als Beispiel, wäre das ja auch problematisch, aber ich glaube, man muss einfach immer versuchen, die Sachen, die man mag, auf der Kontext, in dem man es mag, irgendwie anzupassen und wenn ich die Möglichkeit hätte, sage ich mal, im Fernsehen eine Video zu produzieren oder so, das würde ich sicherlich auch interessant finden und ich würde sicherlich einiges anders machen, als wenn ich ein Video hier ausstelle. Genau, das wollte ich eigentlich auch sagen. Genau, da bin ich vollkommen deiner Meinung und ich meine, für mich ist das ja, ich habe das ja ein paar Mal versucht, also ich sage jetzt mal, ich habe das eben schon mal erwähnt, Fernsehen, großes Beispiel, in den 80er Jahren, kleines Fernsehspiel oder zum Beispiel auch Kunst am Bau, wo man weiß, also ich habe ein Denk, also ein Mahnmal, Mahnmal hört sich immer so grauenhaft an, für die Universität in Freiburg gemacht, für die Eingangshalle und wusste, da gehen hunderttausende Studenten durch und da gab es die lange Diskussion auch und das fand ich dann auch interessant, ich finde nämlich nicht, dass das Publikum so blöd ist und dass man davon ausgehen kann, also früher habe ich oft gehört, nein, das können sie nicht machen und das geht nicht und hier können sie nicht ausstellen und da geht das nicht, weil die Leute verstehen es nicht und da habe ich immer gesagt, warum sollen die Leute das nicht verstehen und wir haben die Erfahrung jetzt gemacht, ich habe mich ganz bewusst dagegen ausgesprochen, dass das ist eine Wand von, ich sage jetzt mal, 40 Metern und ich habe mich ganz bewusst dagegen ausgesprochen, dass die Wand nicht geschützt wird, sondern dass man sozusagen das Papier von der Wand reißen kann und beschmieren kann und es ist da seit 14 Jahren oder so, es ist noch nicht einmal irgendwie etwas passiert und das tut mir gut, das ist klar, aber damit will ich auch sagen, dass viele Dinge auch auf Verständnis stoßen, denn sonst hätten vielleicht Leute schon eingegriffen, weil es ist natürlich auch für viele Leute ein sehr kritisches Thema gewesen, also ich bin da, ich wusste das und gehe dann auf die Situation ein, liebe natürlich den geschützten Kunstkontext, das ist klar, würde mich aber dir anschließen und würde sagen, ich würde dann für unterschiedliche Orte auch anders mit meinen Arbeiten umgehen. Aber genau diese, das finde ich auch sehr wichtig, genau diese Statement, dass das Publikum nicht so blöd ist, auch in Bezug auf die Frage, das du am Anfang mir gestellt hast, von wegen die Leute, die da mitmachen bei deiner Performance, bist du dir sicher, dass sie irgendwie auch reflektieren, was da passiert und das glaube ich tatsächlich schon. Also ich glaube nämlich auch nicht, dass die Leute so blöd sind und ich glaube auch, dass es in den allermeisten Fällen auch eine bewusste Entscheidung ist. Okay, ich mag das jetzt mit und schaue, was es mit mir passiert. Und ja. Gibt es noch Fragen? Ich habe jetzt gerade an das anknüpfen, denke ich mir, es gibt zwei Gruppen von Leuten, die nicht so blöd sind. Es sind die eine Gruppe, die ist nicht so blöd, interaktiv mitzumachen und die andere ist nicht so blöd, interpassiv sich in ein Kunstwerk einzulassen. Also ich glaube, es gibt nicht so sehr die Differenzierung, früher war das weniger stark als heute, sondern früher war alles weniger stark als heute. Der Interaktivität im Kunstbetrieb ist ja heute auch die Interpassivität gegenüber zu stellen, die Robert Pfaller in seinem Buch Interpassivity so schön an zahlreichen Beispielen der Kultur dargestellt hat. Wie sehr die Leute zu faul sind, schon zu lachen, wenn es etwas zu lachen gibt, sodass das irgendwelche, das Fernsehen selber das übernehmen muss im Candleafter. Das ist das eine, was mich angeregt hat bei Ihrem Gespräch. Das zweite ist die Frage, die Sie angesprochen hat, die Differenzierung zwischen Kunst und Kunst. Also der zentrale Begriff der Differenzierung, der gleichzeitig ein Begriff auch der Vermischung ist, ist der Begriff der Messe. Es ist das Wort Kunstmesse gefallen und es gibt aber in Bezug auf die Messe, zumindest im Deutschen, zwei eher einander, die entgegengesetzte Konnotationen. Das eine ist die Messe im Sinne der sakralen Andacht und der sakralen Rituale und die andere ist die Messe im Sinne einer Verkaufsveranstaltung. Und seltsamerweise ist einer für beide Begriffe, sodass man sagen kann, ja, die Messe ist entweder findet hier auch statt, aber eher im geistigen Sinn. Hier wird eher kontemplativ oder geistig diskutiert. Die andere Messe in Basel oder in Miami, das ist jetzt die Messe, die eher an Materiellen interessiert ist. Aber wird bei der Messe... Das geht dann immer wieder zusammen und macht dann so unangenehme Verquickungen, wobei aber trotzdem der Unterschied zwischen der Documenta und Art Basel sicher relativ gut begreifbar ist als erlebnisbedingtes Phänomen und nicht so sehr jetzt in Bezug auf die sprachliche Differenzierung. Aber die sakrale Messe verkauft auch was, ne? Hallo. Ich wollte nur ganz kurz an dem nochmal einhaken, was vorher bei der Diskussion für mich ein ziemlich interessanter Punkt war, waren diese Ausstellungen in Südamerika, wo es, wie gesagt, drüber gesprochen worden ist, dass dort viel mehr Leute kommen oder dass das auch irgendwie stärker wahrgenommen wird, eben nicht nur als ästhetische oder als Kunstausstellung, sondern auch als sowas wie politischer Diskurs. Und da kommt jetzt nur die Anregung, vielleicht das auch nicht so sehr jetzt die Kunsthalle im Verhältnis zur Albertina zu sehen, sondern vielleicht eher zu so Institutionen wie dem Haus der Geschichte, das eben schon lang in Österreichsköpfen irgendwer oder in den Köpfen herumgeistert und auch zu sehen, wie kann man solche Ausstellungen wie Marcel Odenbachs Ausstellung nicht nur also wie kann man Publikum generieren, das nicht nur an ästhetischen Diskurs Interesse hat, sondern wie kann man das so weit öffnen, dass eben dann auch der politische Diskurs oder wie kann man die Österreicher und Österreicherinnen so weit bringen, dass sie auch in eine politische Kunstausstellung gehen, um einen politischen Diskurs zu starten oder so. Also ich denke, die Frage eben der Kontextspezifik ist sehr wichtig und ich denke auch eben, ich finde es einen sehr guten Punkt, auch wirklich mal über die Bereiche des rein im künstlerisch-ästhetischen hinaus zu denken und vielleicht eben durch sozusagen das Infiltrieren eines anderen Kontextes nochmal eben auch eine andere Perspektive zu bekommen auf künstlerische Positionen und Werke, weil da passiert natürlich auch im Dialog mit dem, was sonst gezeigt wird, wieder was Neues, was anderes. Vielleicht dem also ergänzend hinzuzufügen, das ist ja tatsächlich auch unser Problem und wir wollen ja nichts anderes auch als, wir wollen ja nicht nur aufgrund unserer Kunst, also rein ästhetisch wahrgenommen werden, sondern aufgrund der anderen, nicht der Bei-Programme, wie das ja in anderen vielen Institutionen heißt, sondern aufgrund solcher Programme zum Beispiel wie heute Abend oder auch inhaltlich, warum Christian oder Marcel und so weiter. Das hat städteplanerische, vor allem in Wien, das ist meine Erkenntnis nach fünf Jahren, knappen sechs Jahren mittlerweile in Wien, es hat auch städteplanerische Gründe, Tourismusgründe, ich meine, wir sind hier in diesem Museumsquartier in dem geschützten Bezirk, der am angrenzenden ersten Bezirk, wo per se nur eine ganz bestimmte Form von Öffentlichkeit hinkommt, sowohl lokal und national wie auch international. Das ist von so vielen Faktoren abhängig und wir sind, das ist viel, also auch nach meiner Einschätzung und auch Erfahrung jetzt nach einigen Jahren, es ist in der Tat ein sehr spezifisches, so stark österreichisches Phänomen, dass, glaube ich, auch ein Hierarchieproblem, dass Kunstinstitutionen, überhaupt Kulturinstitutionen noch immer als Orte des Hierarchischen verstanden werden, nicht unbedingt des Volkes, obwohl ganz viele Leute eingefordert werden, aber ich glaube, das sind so unglaublich viele Faktoren, die da zusammenkommen, plus, und das meine ich jetzt auch, will ich nicht missverstanden wissen, als Medienschelte, wie Medien mit solchen anderen Medien, wir sind ja auch ein Medium, mit solchen Medien irgendwie umgehen, das ist komisch, weil man wird immer wieder in die Ecke alle, ob das jetzt Albertina ist oder eine Kunsthalle ist, ja, ich habe es gestern gesagt, Schusslerball, bleib bei deinen Leisten, agiere in deinem Feld und wenn du daraus gehst, dann ergierst du irgendwas, von dem du gegebenenfalls nicht was verstehst. Also, wirklich wichtige Feststellung, würde ich eher schon sagen, danke. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Christian Falznis, Marcel Odenbach. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020